Ihr wollt eure Immobilie sanieren? Was zahlt die Bank? Was ist der Unterschied zwischen Sanierung, Modernisierung, Renovierung und die allerwichtigste Frage, finanziert die Bank auch meine Küche? Alle diese Themen möchte ich jetzt mit euch gemeinsam in unserem neuen Video beleuchten. Kurz erklärt, eine Sanierung und eine Modernisierung geht teilweise schon fließend mit über. Starten wir aber mit der Renovierung. Bei einer Renovierung geht es meist nur um die Beseitigung von optischen Mängeln. Was sind optische Mängel? Ihr möchtet eine neue Tapete im Wohnzimmer, ihr möchtet im Kinderzimmer eine neue Farbe oder ihr möchtet in eurem Wohnbereich ein neues Laminat legen. Das sind alles Renovierungstätigkeiten, die zwar leicht den Wohnwert erhöhen, aber nicht substanziell den Wert der Immobilie steigern. Die Modernisierung geht natürlich teilweise schon fließend in den Bereich Sanierung über. Hier hätten wir in dem Fall, warum geht es da? Da geht es um die Senkung des Energie- und Wasserbedarfs der Immobilie und eine Modernisierung steigert immer den Wert der Immobilie und natürlich auch den Wert der Wohnqualität, also die Wohnqualität, die ihr letztendlich in eurer Immobilie habt. Bei einer Sanierung geht es um die Wiederherstellung von technischen und baulichen Anlagen in einem gebrauchstypischen Zustand. Das heißt, Zweck ist immer die Instanthaltung und die Werterhaltung eurer Immobilie. Beispielsweise ihr lasst das Bad sanieren. Eine Renovierung wäre, ihr würdet einfach nur die Farbe der Fliesen neu streichen, weil ihr sagt, ich möchte jetzt ein pinkes Badezimmer haben. Eine Sanierung würde bedeuten, ihr würdet im Prinzip die gesamte Installation neu in eurem Bad gestalten, würdet dann auch neue Fliesen legen, würdet also die technische und die bauliche Anlage eben in einen neuen gebrauchstypischen Zustand wiederbringen. Die Sanierung erhöht natürlich auch immer gleichzeitig den Wohnwert und natürlich auch gleichzeitig den Wert der Immobilie. Wichtig ist für euch bei Sanierungen immer aktuelle Fördermöglichkeiten bei der KfW mit berücksichtigen. Die sollten auch empfehlenswerterweise in vollen Umfängen ausgeschöpft werden. Hier gibt es teilweise zinsgünstige Darlehen, hier gibt es teilweise Tilgungszuschlüsse und externe Förderung. Das heißt, hier ein Tipp von uns, immer bitte einen Gutachter, einen unabhängigen Baufinanzierungsberater, einen Fördermittelberater mit hinzuziehen, der eben das gesamte Portfolio der KfW und auch der BAFA, BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die wiederum zuständig sind für alle Themen zum Thema Förderung von Heizung. Das heißt gerade das Thema Solarthermie, das Thema Luftwärmepumpen, da muss man wichtig vor Beginn der Arbeiten den Antrag stellen. Das heißt nicht schon mit dem Handwerker loslegen und die neue Heizung einbauen und dann überlegen, kann ich die Förderanträge stellen, sondern immer erst mit einem Experten die Anträge stellen und dann auch erst ausführen. Die weitere wichtige Frage ist natürlich, geben Banken für eine Modernisierung, Sanierung eigentlich Geld? Wie mache ich das? Ihr habt zwei Optionen. Die erste Option, ihr kauft die Immobilie und plant beim Kauf automatisch schon in dem Fall die Sanierung mit ein. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr im Rahmen der Gesamtfinanzierung diese Sanierung mit einplanen kann. Hat natürlich wiederum den Nachteil, dass ihr eine Modernisierung bzw. eine Kostenaufstellung von vornherein schon erstellen müsst. Hierzu reicht auch eine vom Architekten abgestempelte Aufstellung, welche Gewerke ihr am Anfang mit sanieren und bzw. modernisieren wollt. Wichtig ist hier, achtet auf die längere bereitstellungsfreie Zeit für diese Darlehen, weil ihr werdet tendenziell ja nicht in drei bis sechs Monaten die gesamte Finanzierung, die ganze Modernisierung im Rahmen der Finanzierung eben auch komplett in einem durchführen können. Die Möglichkeit B wäre, dass ihr natürlich auch eine Modernisierung bzw. eine Sanierung auch später nach dem Kauf noch umsetzen könnt. Ein Beispiel, ihr wohnt mehrere Jahre in eurer Immobilie und merkt, ihr möchtet die Fenster, die Heizung oder andere Gewerke sanieren und geht jetzt auf eure Bank zu und möchtet im Prinzip Angebote haben, wie man das darstellen kann. Wie kann man sowas darstellen grundsätzlich? Variante 1 wäre, dass ihr bereits abgezahlte Grundschulden, das heißt ihr habt ein Darlehen, habt es abgezahlt, das Darlehen ist mit der Grundschuld besichert und ihr habt in dem Fall schon Teile abgezahlt, dass ihr diese Grundschuld nutzt, um ein neues Darlehen bei eurer Bank aufzunehmen. Wichtig hierbei ist, es gibt gewisse Darlehensgrenzen. Also übersetzt, keine Bank hat Lust, ein Modernisierungsdarlehen für 25.000 Euro bei euch zu begleiten, weil der Aufwand bei einem Darlehen über 25.000 Euro ist genauso wie der Aufwand, wie bei einem Darlehen über 100.000 Euro. Das heißt, hier sprecht mit eurem Finanzierungsberater, sprecht mit eurer Bank, welche Optionen hier gegeben sind und welche Option in eurer persönlichen, individuellen Situation die beste Option ist. Die Variante 2 wären sogenannte grundbuchfreie Darlehen. Es gibt Bausparkassen, die bieten Modernisierungsdarlehen bis 30.000, 40.000 Euro an. Die haben einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich den Vorteil, dass kein zusätzlicher Grundbucheintrag erfolgen muss. Die Bedingung ist nur, ihr müsst Inhaber, Eigentümer einer selbstgenutzten Immobilie sein. Ihr solltet auch schon im Grundbuch stehen als Eigentümer. Beide Darlehennehmer müssen in diesen Darlehensvertrag und ihr müsst angestellt sein. Der weitere Vorteil ist hier, hier gibt es eine sogenannte verkürzte Bonitätsprüfung. Das heißt, ihr müsst nicht wie im Rahmen einer Neufinanzierung einmal alle Unterlagen vorlegen, sondern hier gibt es eine verkürzte Bonitätsprüfung. Die dritte Variante, auch hier kann man im Prinzip Geld für eine Modernisierungssanierung eben beantragen, wäre ein reiner Konsumentenkredit. Das ist aufgrund der Zinsstruktur dann auch teilweise oder höchstwahrscheinlich die schlechteste Variante, weil ihr auf der einen Seite eure Schufa relativ stark belastet. Und weil sie nicht so unkompliziert ist oder bei einem Konsumentenkredit nicht so flexibel und variabel ist, wie beispielsweise ein Modernisierungsdarlehen. Aber auch diese Optionen sind möglich. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, der Kauf einer Einbauküche stellt weder eine Modernisierung noch eine Sanierung dar. Der Kauf also einer Einbauküche ist ein ganz klares Möbelstück, ein bewegliches Wirtschaftsgut und gehört weder in eine Sanierungs- noch in eine Modernisierungsaufstellung und wird auch üblicherweise von Banken nicht mitfinanziert. Und jetzt die Frage an euch. Wie plant ihr die Sanierung eurer Immobilie? Wenn ihr Unterstützung braucht bei der Aufstellung von Sanierungsübersichten, wenn ihr Tipps haben wollt, wo kann man eure Finanzierung zum Thema Modernisierung am besten planen, welche Fördermöglichkeiten bekommt ihr, was ist die beste Art, euer Vorhaben zu finanzieren? Dann meldet euch doch einfach. Wir geben euch gerne Unterstützung bei eurer Finanzierung. Bucht doch gerne hier kostenlos einen Online-Termin mit euch, mit uns. Bis bald, sagt euch der Christian von der FaktorWir Beratungsgesellschaft. Ich brauche noch... Gleicher möchte ich so etwas zum Beispiel... ... ....